Hallo ihr Lieben, heute habe ich euch den Linedance Witch mitgebracht. Es geht mit links los, ganz besonders mit links. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Erster 8 dann. Und 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Zwei dritter. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Dritter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vier dritter. Noch einmal, der meinten soll er euch zusammen. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und 1, 2 und 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Ihr habt es gemerkt, wir haben hier uns dann mit einem Sidewalk rumgedreht. Eine vierte Drehung geht es rechts rum. Die nächste vierte Drehung folgt hier dann. Wir haben Tone Struts, um die vierte Drehung nach links zu machen. Es kommt Kickball Change, zwei Shuffle. Und hier habe ich eine Pivot mit einer halben Drehung. Halben Drehung. Und die nächste Pivot mit einer ganzen Drehung. Pivot Turn. Die Box dreht ein Achtel wieder nach rechts. 1, 2, 3. Und es kommt zum Schluss noch ein Hitch. Das heißt, man kann sich gut merken, bin ich auf einer Schrägen rausgekommen, tanze ich eine halbe Drehung, habe dann meine Ursprungsrichtung, beziehungsweise die neue, drehe mich hier rum und die neue Wand kann starten. Wie immer wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß.